... oder was? Auf jeden Fall. Naja. Naja. Schau mal, wenn er jetzt auch über 52, Aldo... Wenn er mal über 32 drüber gegangen wäre, dann wäre ja okay gewesen. Eventuell, ne? Ja. Geier Küsten sind da drin. Geier. Keine Action da, Mann. Das ist heute auch geil. Ne. Letzt, äh... Ich sag mal, das Ding ist... Oh, schon wieder. Korrekt. Jaja, wo du sagst. Ja, ja. Bist du da rein. Wie damals ist das ja aufgespielt worden. Nur das Risiko. Mhm. Dann hat er 20 Milliarden auf, äh... Ich glaub, 50, 60 fachgestellt. Und da nur Risiko gedreht, ne? Ja. Er hat aber keinen Mumm bis 140 Sekunden, sag ich jetzt wahr. Ja. Er hat aber trotzdem immer so bei 32, 52... sich schön hochgekämpft, ne? Ja. Fick dich doch schon wieder diese Drecksstufe da. Melonen geht auch, ne? Warte. Voll mit, oder? Nee. Nee, ne? Das wär schön, ey. Zweimal 100 Sekunden direkt auf Larche hier. Ja, ja. Ich versuch den... Ich versuch den jetzt mal bis 84 zu drücken. Ja. Ja, das ist schwer. Eigentlich dreimal Karte, ne? Dreimal Karte? Kommt gleich mal. Ja, ich dachte, komm, weißt du. Ja. Kannst du da auch noch, musst du auch scheinen. Nee. Ja, ja. Den Eindruck ist ja schon hochgekämpft. Machst du da 12 Euro, oder was? Dann gehst du auf Karte, machst du ja nur zwei Mal oder was. Ja, geht ja nicht. Dann macht der ja 24, 48, dann musst du noch mal. Ach so. Ja, ja, ne. Bei Lissab bei 20. Doppelt. Ja, ja, logisch. Mach dann mal. Weil irgendwann kommt zwei Mal Schwarz, du weißt das jetzt genau. Auf jeden Fall. Und dann kommt nicht selten zwei Mal Schwarz. Weißt du, selber. Wenn er gehen will, geht der ja, Alter. Wenn wir uns ja am Sack fummeln, dann geht der auch. Komm, Junge, mach jetzt eh keine Leerlaufparty. Klar, da kommt die auch irgendwann mal in die Party. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht hätte er noch mal die zwei Mal, ich habe jeden Fall. Ja. Daher macht das nicht klar, Alter. Betraut sich noch nicht mal in die Bereiche zu gehen, 20, 32. Weil ich mit Ach und Krach so, weißt du. Ja. So, bis 80 Euro, 80 Cent. Und dann 80 Euro. Überlegen vielleicht zweimal Roulette zu zocken. Ja, komm, sprich bis 72 so. Und dann zwei Runden Roulette. Hopp oder tot, wenn er hier nichts macht. Schwere Tennisarm hier, ey. Risikovollt tot, Alter. Weiters megatot. Sie ist vom allerfeinsten Tod. Lass es dir gesagt sein. Unklar ist das hier. Ach Gott. Mause. 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 Vom feinsten, ja. 170 Euro war hier auch drauf. Auch ruckzuck so Fristkeks geschoben. Eigentlich zweimal Karte, aber ich gehe trotzdem über Leiter. Echt? Ja. Na 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 ja.